Willkommen! In diesem Video lernen Sie das Leben von Johann Friedrich Herbert kennen. Dabei erhalten Sie einen Überblick über seine Werke und Ideen und lernen das Zeitalter kennen, in dem Herbert gelebt hat. Johann Friedrich Herbert wird am 4. Mai 1776 in Oldenburg als Sohn eines protestantischen Justiz- und Regierungsrats geboren. Oldenburg gehörte zu diesem Zeitpunkt zu Preußen, das von Friedrich dem Großen regiert wurde. Die ebenfalls 1776 erfolgte Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika und die damit verbundene erste allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde in Preußen, wie im übrigen Europa, zwar distanziert betrachtet, wohl aber intensiv diskutiert. Herbert wurde als Kind seinem Stand gemäß zunächst von Privatlehrern unterrichtet und besuchte dann die Oldenburger Lateinschule. In dieser Zeit stirbt Friedrich der Große, der sich als erster Diener seines Staates sah und wird von Friedrich Wilhelm II. abgelöst, der nicht die Auffassung Friedrichs des Großen übernahm, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden wolle, sondern sich zur Reformation bekannte. Herbert ist zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre alt. 1789 kommt es zur Französischen Revolution. Aus den Folgen der Französischen Revolution, Herbert war 1789 13 Jahre alt, konnte der Kaiser Preußen zunächst weitgehend heraushalten. Auch der amerikanische Unabhängigkeitskrieg hatte kaum unmittelbare Auswirkungen auf Preußen. Intensiv diskutiert wurden beide Ereignisse aber sehr wohl. Herbert nahm nach dem Schulabschluss zunächst das Studium der Rechtswissenschaften auf, wechselte jedoch bald zur Philosophie. Er wurde ein Anhänger von Fichtel und Schelling und Mitglied der Gesellschaft freier Männer, die eher den Ideen der Französischen Revolution als den feudalen Sitten anderer Studentenbünde – Studentinnen gab es noch nicht – zugetan waren. 1797 übernahm dann der Hohenzoller Friedrich Wilhelm III. die Regierung. Herbert distanziert sich in dieser Zeit vom Idealismus Fichtes, bricht sein Studium ab und geht 1797 nach Interlaken in die Schweiz, wo er als Privatlehrer tätig wird. Die Rechenschaftsberichte, die er als Privatlehrer zu schreiben hatte, werden als Anfangspunkt der Verschriftlichung seiner pädagogischen Ideen gesehen. Während seiner dreijährigen Tätigkeit in der Schweiz lernt Herbert auch Pestalozzi kennen und setzt sich intensiv mit den von Pestalozzi entwickelten pädagogischen Ideen auseinander. Herbert gab die Tätigkeit in der Schweiz 1800 wieder auf und geht zunächst nach Bremen. Dort formuliert er seine erste pädagogische Theorie, die später unter dem Titel Grundideen der höheren Erziehung erscheint. 1802 veröffentlicht Herbert sein erstes Buch unter dem Titel Pestalozzi's Ideen eines ABC der Anschauung. Im gleichen Jahr immatrikuliert sich Herbert in Göttingen. Nach nur einem Semester wurde er promoviert und habilitiert, sodass er schon im gleichen Jahr erste Vorlesungen erhalten konnte. 1806 wird Preußen dann von Napoleon dem ersten besetzt und bleibt zwar als Pufferstaat erhalten, steht aber unter französischer Besatzung. Unter diesen Rahmenbedingungen wird eine weitreichende Erneuerung des Staates betrieben. Unter anderem wird dazu die Leib-Eigenschaft aufgehoben und die Gewerbefreiheit eingeführt. Humboldt erhält den Auftrag, das Bildungswesen neu zu gestalten und die Universität Berlin zu gründen. Sein Bruder Alexander von Humboldt wird als Naturwissenschaftler berühmt und Georg Wilhelm Friedrich Hegel lehrt an der neu gegründeten Universität zu Berlin. 1809 wird Herbert als Nachfolger von Immanuel Kant, der von 1770 bis zu seinem Tod im Jahr 1804 gelehrt hatte, an die Universität von Königsberg berufen. Dort traf er im gleichen Jahr auch mit Humboldt zusammen. Herbert gründet in Königsberg ein didaktisches Institut und nimmt in seinem Haus eine Gruppe von zehn Knaben im Gang-Gymnasial-Alter auf. Er veröffentlicht zunächst philosophische Schriften. 1813 erscheint sein Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. Im gleichen Jahr ruft der König dann zum Aufstand gegen Napoleon auf. In der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 und der Schlacht bei Waterloo 1814 wird Napoleon besiegt. Im Zuge des Wiener Kongresses 1815 wird Preußen wieder als Königreich etabliert. Herbert arbeitet trotz der Äußerung während weiter und veröffentlicht eine Reihe philosophischer Schriften, in denen er sich als philosophischer Realist und gegen die spekulativen Ansätze von Fichte Schelling und Hegel positioniert. 1824 und 1825 veröffentlicht er das Werk Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik. Darin stellt er unter anderem die Grenzen zwischen Bewusstem und Unbewusstem in den Mittelpunkt. Er entwickelt eine Gedächtnistheorie, die heute oft referierte Form des Kurzzeitarbeits- und Langzeitgedächtnisses vorweg nimmt. Die Gedächtnisform beschreibt er zudem in der Sprache der Mathematik und kann insofern als früher Informationstheoretiker verstanden werden. 1833 geht Herbert zurück nach Göttingen und veröffentlicht dort den Umriss pädagogischer Vorlesungen, sein pädagogisches Hauptwerk. In seinem Umriss pädagogischer Vorlesung rückt Herbert die Bildsamkeit des Zöglings in den Mittelpunkt. Determinationslehren lehnt er ab und versteht den Menschen als individuelle Ganzheit, die in ihrer Epoche steht und in ihrem Denken an Inhalte gebunden ist. Diese Relationierung geschieht im Menschen jedoch nicht von alleine, sondern erfordert Erziehung. Herbert entwickelt neben der Bildsamkeit als nach wie vor zentralen pädagogischen Grundbegriff auch das Konzept des erziehenden Unterrichts und eine Methodenlehre, die sogenannte Formalstufentheorie. Diese beinhaltet vier Stufen, Klarheit, Assoziation, System und Methode. Im Mittelpunkt steht dabei die Absicht, die Interessen der Lernenden zu identifizieren und diese mit dem Wissen und der Kultur der Menschheit in Beziehung zu setzen. Dadurch soll dem Menschen die Entwicklung einer gleichschwebenden Vielseitigkeit des Interesses und einer Charakterstärke der Sittlichkeit angeregt werden. Herbert wird in Göttingen zwar Dekan der Philosophischen Fakultät, schließt sich aber dem Protest der Göttinger Sieben, die gegen die Aufhebung der liberalen Verfassung im Königreich Hannover zu dem Göttingen gehörte, im Jahr 1837 protestierten, aber nicht an. Er bezeichnet den auf den Protest folgenden Verweis der Professoren von der Universität zwar als Katastrophe, eine deutlichere Positionierung ist aber nicht bekannt. Herbert stirbt am 14. August 1841 an den Folgen eines Schlaganfalls. Nach seinem Tod entwickelt Anhänger Herberts aus seinen Ansätzen eine strenge Interpretation seines Ansatzes, die als Regelwerk wirksam wurde. Dieser sogenannte Herbertsianismus muss allerdings, wie Dietrich Benner herausgearbeitet hat, als nicht den Intentionen Herberts entsprechend verstanden werden. Herbert geht es weniger um eine autoritäre Steuerung der Lernenden als um eine Aufforderung zur Selbsttätigkeit, da der eigentliche Lernprozess nur vom Lernenden selbst vollzogen werden kann. Es gelingt den Herbertsianern jedoch, die Pädagogik als universitäre Disziplin zu verankern. Einflussreich wurde Herbert aber nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in den Vereinigten Staaten, in Russland und in Japan. Herbert wird 1776 in Oldenburg geboren. Nach seinem abgebrochenen Studium wird er 1800 Hauslehrer in Interlaken. 1809 wird er als Nachfolger von Kant nach Königsberg berufen. 1833 nimmt er einen Ruf nach Gottingen an, wo Herbert 1841 stirbt. Herbert lebt in kriegerischen Zeiten des Wandels. Während seiner Lebenszeit ereignet sich die amerikanische Unabhängigkeitserklärung mit dem folgenden Unabhängigkeitskrieg, die Französische Revolution und die Napoleonischen Kriege. Herbert arbeitet mit daran, den gesellschaftlichen Wandel zu gestalten. Dazu entwickelte er als einer der ersten Professorungen für Pädagogik eine dialektisch konzipierte allgemeine Pädagogik, die ausgehend von der Bildsamkeit des Menschen über die zentralen Bildungsziele, der gleichschwebenden Vielseitigkeit des Interesses und der Charakterstärke der Sittlichkeit sowie einer Methodenlehre bis hin zu Fachdidaktiken für verschiedene Fächer erreicht. 1778 wurde Ernst Christian Trapp als erster Professor für Pädagogik an die Universität in Halle berufen. Zum Zeitpunkt der Berufung Herberts nach Königsberg gab es eine an der Universität etablierte eigenständige wissenschaftliche Pädagogik, also erst seit kurzem. Vorher war Pädagogik stets als Randgebiet der Philosophie mitbehandelt worden. Damit stand für Herbert die Aufgabe, den Gegenstand und die Aufgabe einer wissenschaftlichen Pädagogik zu bestimmen im Raum. Diese Aufgabe hat sich Herbert in erstaunlicher Weise gewidmet und eine umfangreiche Theorie vorgelegt, die er vor allem in Auseinandersetzungen mit Kant gewonnen hat. Wohl auch daher rückt Herbert die Freiheit des Menschen und die freie Positionierung des Menschen in der Gesellschaft, zu der dann durchaus auch ein Beitrag zu leisten ist, in den Blick. Das tut Herbert allerdings, ohne sich politisch allzu sehr aus dem Fenster zu lehnen. Dennoch ist überraschend, dass nach seinem Tod sein Erziehungs- und Unterrichtskonzept, das deutlich liberale, aber kaum kapitalistische Tendenzen aufweist, in so unterschiedlichen politischen Kontexten wie im feudalen Deutschland, im feudalen Japan, in den demokratischen USA und dem kommunistischen Russland rezipiert und wirksam geworden ist. Insofern hat Herbert seine Methode explizit unabhängig vom Staat konzipiert und insofern trotz der antifeudalistischen Tendenzen nicht auf ein bestimmtes, etwa demokratisches Staatsmodell bezieht, ist dies in seinen Arbeiten möglicherweise schon angelegt. Dass die Methode in autoritären Staaten dann aber nicht zu einer größeren Freiheit geführt hat, konnte zu der Vermutung führen, dass eine allgemeine Didaktik nicht nur auf einen Begriff des Menschen, sondern auch auf einen Begriff des Staates bezogen werden müsste, was Herbert aber nachdrücklich abgelehnt hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017